Hi gut, ich bin der Kai und ich hab mir gedacht, wir machen uns darum B, der Lernen auf hessisch. Auf hochdeutsch gibt es das schon und auf englisch ganz viel, aber das versteht eh keiner. Ich mach euch echt mal was viel. Das sind die Töne, die man so auf der Trompel braucht. Und egal ob ihr schön klassisch spielen wollt. Oder ob ihr Big Band spielen wollt. Oder ob ihr Blossmusik machen wollt. Das alles könnt ihr bei mir lernen. Ciao, ciao.